ULTIMATE DESTAIR LIVE Ja, da geht es hier noch geradeaus weiter. Da habe ich noch... Zwei wollte ich hier erledigen, aber... Einer davon hat mich erwischt. Ja, schade. Wirklich schade. Und er hat halt da natürlich die ganzen anderen hier Agro gemacht. Ja. Meine Daffel scheint ja jetzt ganz recht leer zu sein. Ah, die Glow Sticks. Glow Sticks. Bei der... die Kiste oben müsste das gepinkte sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh ja, Ammo. Ah, ne und hier ist nochmal Ammo. Oh, ist sehr schön. Ist ja wie Weihnachten. Sehr schön. Ich habe 0,4. Ich habe 100%. Fünf mal einen würde ich nehmen. So. Äh, du hast gar nichts. Okay, dann gebe ich ihm mal zwei. Danke, danke, danke. Sehr freundlich. So, Smiley, brauchst du noch? Äh... Ich bin bei 17 und 84. Ich glaube, dann brauchst du gar nicht mehr wirklich, oder? Ich habe auch nochmal einen 20... Ich habe auch nochmal 20% Ammo. Ich habe auch einen Kock. Würde ich nochmal einmal nehmen. So, ist mein Shotgun wieder ein bisschen voller. Wenn ihr noch über habt, nehmen wir her damit. Okay, dann kriegst du mal den letzten. Bitte schön. Okay, dann gebe ich das mal eben und ich nehme mein Alkohol nochmal. Jawoll. So, da fühlt man sich noch gleich viel besser. Der Typ ist ein bisschen geschmolzen. Ähm, ja. Und jetzt waren wir anscheinend umsonst in dieser Scheißzone 19, weil hier scheint es nicht weiterzugehen. Hä? Aber bin ich hier auch nicht? Wo? Hä? Warte, was? Das kann ja dann nur halt da oben sein. Also die... Oh... Ich dachte, da geht es auch so. Also muss es dann hier sein. Hier oben. Ja. Hier bei Tür 358. Ja, genau. Ja, einmal hier durch. Naja, sehen wir es so. Wir haben uns wieder aufgeheilt und... Genau. Von daher. Positiv denken. Wir nehmen halt den längsten Weg possible. Wir wollen nämlich alles erkunden in diesem Spiel. Wir sind so 130. Ja. die Scenic Road. Hä? Ich glaube, hier ist es falsch. Ich... Ich... Ich hab dir mal... Wir hatten die Tür eigentlich eingebracht, oder? Ja. Das war ja. Das war das, wo wir ganz knapp nur überlebt haben. Ich... Ich hatte... Ich hatte halt auch nur irgendwie 6% oder so im Kopf. Äh... Jetzt haben wir hier hoch. Ja, es kann ja halt jetzt nur noch eine... nur noch eine der blöden Türen sein halt. Ja, den Schuss haben wir ja auch von daher. Ja. War schon immer nur eine der blöden Türen. Frage ist bloß welche... Ja. Aber wir haben halt... Wir haben halt genau die falsche genommen. Ja. Ja. Leider. Aber naja. Ja. Ja. Das sind wir. Alarmtür? Natürlich! Klasse 3 Alarm! So, ich ziehe vom... So, ich baume die... Turrets auf. Ja, dann würde ich sagen... Eine Mine... Hier hin. Ich baue... Äh... Nicht wirklich. So, das war alles an Sie von welches ich verstreuen werde. So, eine Mine dahin. Eine Mine vielleicht hier hinten noch. Sind wir bereit? Noch nicht. Na, ich weiß nicht ganz, wo die dann kommen werden. Aber ich glaube, der Teresh geht da eigentlich ganz okay. Äh... Ja, wenn die von hinten kommen, haben wir mal die Arschkarte. Aber na gut. Äh... Oh! Oh, kaboom! Ja, das ist richtig schön bei Deck. Ja! Wo ist denn der Alarm? Der, der Security, äh, Ding. Okay. Scan complete. Der hat mir jetzt gerade volle Kanne in den Rücken geschossen. Ich weiß nicht. Äh... Das hat mich halt von 6 auf 36 runtergetragen. Au! Hat mir irgendjemand gerade richtig schön in den Rücken, weißt du? Mich hat... Ich konnte den ganzen scheiß Viechern ausweichen. Schön, dopp, schön blieb halt. Und... Ja, wir sind jetzt fertig, ne? Ja, ich weiß. Ja. Okay. Aber da kommt immer noch so ein bisschen nachbeben. Alter, ein Schuss hat mir 30 Breton gemacht. Ja. Fast 30. 25. Alter, die können ja alle ohne Kopf leben. Ja. Fast mit der Frechheit. Oder ich bin bei 23. Ah, ich bin wieder bei 4% Puni. Die Boss... Boss Musik. Na ja. Weiter geht's. Wir können da weitermachen? Ja. Weiter geht's. Ein kleiner, oder? Ja. Okay, die zwei, die wir sehen. Hast du den ersten? Okay. Sehr schön. Ich glaub rechts sind auch noch welche. Ne, ich glaub so auch. Ja, ich seh sie noch mal mit. Alter. Ich hab fast daneben geschlagen. Ja, rechts noch 4. Äh, ja. Ist das ein großer? Ich glaub das ist ein großer, oder? Ist das ein großer? Ich weiß es nicht. Müssten näher rangehen. Ne, ich glaub nicht. Ne, ist ein normal großer. Ach so. Ich glaub nicht. Ist der Paranoia jetzt mit den großen Einschätzen? Ja. Problem hat das letztes Mal auch schon gehabt. Der rechts von mir, dem müssten... Wir müssten die beiden zu zweit machen. Ja. Mach ich. Sniper Backup. Okay, ich bin soweit. Bereit? Und laden. Und... Passt. Hinten sind noch 3, 4 Stück. Ja. 5 Stück. 6 Stück. Sniper, Sniper, Sniper! Ah, verfehlt! Toller Sniper, der du näher bist. Ja, dafür werde ich jetzt keine Munition verbrauchen. Oh, das sind viele! Ach, scheiß Dreck! Oh, fuck! I'm down! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ich hab' ich richtig geil gelöst! Wir waren einfach... Einfach richtig stark! Äh... Tool Refill Pack! Ich bin bei 65%. Ich bin bei 65%. Okay. Ich muss mal kurz den Kater rausschmeißen, weil der nervt mich grad extrem. Nein! Also, äh, stellt mir nichts an, okay? Ja. Wir sind eh fast am abnippeln. 20. Warum ist da jetzt Zone 22? Zonen ist 22. Zonen ist 22. Alter! Wo? In welcher Zone befinden wir uns jetzt im Moment? 18 hätte ich gesagt, oder? Ne, wir sind in Zone 22. Äh... Ja, okay, stimmt. Hä? Ja, ja doch, ja. Ich geh da durch die 18 da drüben, durch die Security dort 22. Ja. Gut. Aber hier hinten ist halt nur... nur 22D dahinter. Und hier ist nur 22C. 32C. Wie Fugel? Ist dann hier irgendwie die Zone 20 nicht generiert worden? Ist hier irgendwie... bei der Map-Erstellung hinten runtergefallen, oder? Hier vielleicht einfach dumm. Ah, also... Also, wir haben uns verlaufen, sagst du. 18. 18. 21. 17 19 16 Ja, es muss dahinter sein. Wir haben keine anderen Türen mehr. Ja, dann gehen wir halt auch mal weiter. Was anders können wir ja auch nicht machen. Weiter geht's, ne? Hier durch oder durch die andere? Ich will durch die obere. Okay. Er hat noch eine nachkommt. Vor allem, wir haben doch diese scheiß Keycard gefunden. Wo setzen wir die denn ein? Na, können wir ja durch. Ja, warte mal. Keycard Grey. Ich war doch hier für 22 und nicht. Ja, wir haben die noch. Die ist ja, die wird auch verbraucht. Die ist zur Zone 20 halt. Ja, da muss noch irgendwo eine Security dort zur Zone 20 sein. Weil hier ist nichts und da ist auch nichts. Drei Stück voraus. Wir alle auf den Resource Locker zuerst mal zu lernen. Ja, wir haben die Prioritäten. Ja, wir haben die Prioritäten. Ist nochmal eine Tür hier? Ja, ne? Das ist ein Schloss, okay. Wir gehen da hin. Zone 22, 16 bis 21 und 23. Ey, guck mal, 16 bis 20. Fass du, als müssten wir da hin. Dankeschön. Ich komm mich um den Rechten. Nein, du bleibst stehen. Oh, bleibst stehen. Okay. Kannst du durchatmen? Also eins, zwei, drei, kann ich durchs Thermalis hier schon mal sehen. Ja. Voll auf die Ome. Okay, da hinten sehe ich noch einen. Ist hier bei mir noch einer? Ja, gerade der Osten zwei. Ah ja. Sehe ich. Hunden liegen leichter aus. Direkt daneben. Die noch warm sind. Oh, direkt zwei, ja. Da bräuchte ich Hilfe. Ich stehe direkt neben dir. Okay, neben den Rechten. Warte, 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 warte. Okay, ich sag Laden und dann bei... Wer zuerst los sagt, muss den zweiten Wartner los sagen und dann auf die Omeine. Okay. Los, los. Los, los, los. Okay. Ja. So geht's auch. Hier steht direkt noch einer, oder? Ja, sehe ich. Aber das ist nur einer, oder? Äh, ja. Passt. Ja, ein bisschen grob, ein bisschen grob, aber... Wie, wie kann dieser Raum in Zone 16 bis 21 führen, halt? Schaut jetzt mal... Wir haben ja noch einen Gegner, ne? Wir haben ja noch einen Gegner, ne? Hier sind noch zwei, ja. Ja, aber die Tür, die Tür da. Die Sicherheitszone 16 bis 21. Wo ist da die Connection? Ich sehe es nicht. Ja, also wirklich. Hm. Ah, fuck. Ich hab dem vollen Unterleib weggetrümmert. Okay, wer braucht, wer braucht, wer braucht. Ähm... 50 Schuss mit der Sniper und 13 mit meiner SMG. Und die braucht die. Okay. Ja. Dankeschön. Übrigens, die Leichenteile, die hier unten liegen, sind noch warm. Hm, lecker. Ja, ist unruhend. Wo hast du die Leichenteile gefunden? Soll ich der Marius hier schauen? Oh, okay. Ist ja cool. Und, äh, dann hab ich sie gesehen. Äh, ich, äh, ich weiß gar nicht. Also, dann mach ich hier mal das Schloss kaputt, ne? Ja, oder... Nee, die anderen Türscher offen. Wir können sie ja auch wieder zumachen. Achso, ist schon offen. Ja, lassen wir gerade durchgehen. Ich glaube, ihr kommt sowieso in den Raum, wo es nur wieder zurückgeht. Okay. Da ist doch direkt links einer, oder? Ja, direkt links einer, soweit ich weiß. Da vorne ist noch einer. Und da liegt auf dem Boden noch einer, aber der ist weit genug weg. Ja. Ach, nee, das ist nur ein geschmolzener Dude. Okay, aber hinten am, am anderen ist noch drei Stück direkt nebeneinander. Drei Stück? Zwei. Zwei, okay. Hier links auch nochmal zwei. Unter mir ist, unter uns ist direkt einer. Oder unter mir. Ja, sehe ich. Wie hat er mich gesehen? Okay, wir haben alle. Ah, fuck. Unten sind fünf Stück oder so. Ich werde hoch. Sind hier auch richtig viele. Scheiße. Die Shotgun ist halt mega scheiße. Ja, dann triggere sie halt nicht, wenn deine Waffe scheiße ist. Ich hab mich nicht mal bewegt. Oder hören sie das, wenn man ein Nacken auf Angriff abbricht. Äh, eigentlich nicht. Ach du scheiße. Ich mach mal ne Mine hier. Das sind das viele. Ja. Das haben auch literally alle getrunken. Unter uns sind noch welche? Die zu finden wird jetzt schwer. Ne, aber sie finden nicht. Ja, das ist, das ist das Wahrscheinlichere. Ja. Einer. Schießt zumindest um mich. Ah, da ist er. Hello. Jetzt ist doch oben wieder einer. Oh Mann ey. Ja. Können wir noch kloppen? Ne. Gegen das Licht ist heute nichts. Hallo. Ähm. Okay. So, den Boden erwischt. Okay, merken für zukünftige Playthroughs, äh, Shotgun ist ganz schön scheiße. Gibt's hier drin? Flashlight. Ach. Ja, zunächst hier ist doch auch keine Tür mehr, die irgendwo Neues hingeht. Ah, ich, 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 ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr. Hä? Ne, wir haben keine Türen mehr. Wir müssen irgendwo auch Türen haben. Haben wir hier eine Tür übersehen? Sind wir nicht nah genug, äh, reingegangen, damit es das Ding nicht markiert, oder? Also, schau doch mal auf die Map. Also, hier ist tatsächlich irgendwas, aber... Wäre schon arg peinlich halt. Wäre schon hart peinlich, aber ich meine, wir können's versuchen. Ich weiß nicht, dass hier irgendwas noch verborgen ist, oder? Hier ganz unten. Keine Ahnung. Ah, sonst würden wir wirklich sagen, dass wir halt hier, äh, wir nicht lange genug an die Wand dran sind und die Tür übersehen haben. Aber hier bei 23b ist hier auch nichts mehr, oder? Weiter oben. Da, hier so. Jetzt, äh, wo ist die Kiste, die ich hier übersehe? Oh, anscheinlich da unten dann. Oh, ist denn verrückt werden? Äh, das ist echt so. Okay, nächstes Mal drin. Wir hängen an dem Level halt schon fast zwei Stunden, ne? Wenn nicht sogar schon länger. Ja. Vor allem, wir haben's doch beim letzten Playthrough... ...haben wir's doch bis zum Extraction Point geschafft und sind beim Extraction Point gescheitert. Echt? Was ist das schon? Also, es existiert Zone 20, also, da ist ein Terminal, da ist ein Ammo-Pack, da ist ein Tool-Refill, da ist ein Midi-Pack drin. Nein, wir haben ja die Zone soweit gekleert, also, können wir ja mal, äh, ein bisschen scouten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich ping jetzt mal die Türen, die da drin sind, okay? Mhm. Okay, hast du da ping? Request timed out. Door 229. Next Area 20C, Next Area 20B. Wir haben's wirklich übersehen, ach du Scheiße. Warte, welche Tür? Die vor der ich stehe. Ey, es ist so lächerlich. Ja, wir brauchen doch den Key noch dafür, oder? Haben wir doch schon. Aber Leute, gar keinen Stress. Wenn wir diese Tür öffnen, wird ein Klasse-4-Alarm ausgelöst. Ich verlaufe mich hier ein bisschen. Ja, ja. Einfach mir hinterher. Aber, hä? Alter, wie kernbehindert können wir einfach nur sein? Scheiße. Wir hätten uns alle sparen können. Wir hätten nur hier rein müssen. Chili Marilli. Da unten. Mann, ey. Ich bin verzweckt. Ich platziere schon ein paar Minen, ja. Ach, Mann. Naja. Naja. Alles gut. Alles gut? Es ist jetzt ein Klasse-4-Alarm. Ich habe kaum Leben. Ich habe kaum Munition. Oder, naja. Munition ist jetzt nicht so überragend. Sagen wir es mal so. Naja, ich benutze mein Shotgun eigentlich fast sowieso nicht. Von daher, mein Revolver macht schon gute Arbeit. Und zwar das Spiel ein bisschen zu leicht. Ja, genau. Deswegen haben wir halt den schwerstmöglichen Weg. Die Scenic Route. Ja. Wollte ein bisschen Zeit-Siegen machen. Äh, hat der Bot noch irgendwas, was er platzieren könnte? Er hat eine Sentry und eine Mine. Ne, Sentry oder Mine. So, ich bin ja da. Okay, wo soll denn die Sentry am besten hingucken? Ich glaube, noch links oder noch rechts? Ich weiß gar nicht. Boah. Ich glaube, links wäre besser, weil das ein offener Gang ist. Naja. Ich möchte eigentlich ganz gerne so einen Clip haben, mit eine Hilmusik im Hintergrund. So, das ist ja auch nur die Mini-Map. Wie viele Fläche durch die Gegend sind, die oft schon vorbeigerannt sind. Ja, ich habe noch, weil ich noch getraucht habe. Ich habe nämlich noch viel zu viel Leben. Aber wir wollen wirklich beide Geschutztürme nach links haben? Beide? Dann würde ich eine Mine wieder nach rechts tun. Ne, ne, ich nehme den Geschutztürme. So, okay. Aber die Mine tue ich am besten gleich hier, direkt in das... Einmal genau hier rein. Ein massiver Fail. Naja. Haben wir was zu lachen. Ja. Okay. Nimmst du eigentlich auch auf oder streamst du noch? Ich stream auf. Ja, dass du streamst, weiß ich aber, ob du es auch aufnimmst. Ah ja, es kommt dann auf YouTube, dann wird alles geschnittenes. Also in... Keine Ahnung, irgendwann. Also... Aber ich kann nicht diesen Fail schon mal dann nacherleben. Oh ja, absolut. Freue ich mich drauf. Ich freue mich. So. Miley? Abfall. Los geht's, bevor der Schaum wieder weg geht. Hab ich den Schlüssel? Nein, ich hab den Schlüssel. Ja, dann mach hin. Jetzt aber was nicht. Ja. Das wird so ein Upfuck. Ihr wisst ja noch gar nicht wo... Ihr wisst ja noch gar nicht wo die Security Zones dann sein werden. Ja. Ich weiß gar nicht genau wo die Security Zones sein werden. Rechts. Wir mussten nur auf die andere Seite des Raumes gucken. Hahaha. Hab ich denn was gesagt? Ach, so ne Scheiße, ey. Ach, so ne Scheiße, ey. Raumes. Bullshit. Andere Seite der Map halt. Den hätte man auch... Den hätte man auch kurz erwählen können, den Weg. Hätte man? Man hätte es auch lassen können. Man hätte es auch lassen können. Oh oh oh, das ist ein Dinker. Und wo hinten kommen wir jetzt wieder. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Das ist falsch schlecht. Wenn nur noch ich lebe. Nein, das passt. Ich bin da. Nein. The pain. Ich würde sagen, das ist noch ein guter Abschluss für heute, oder? Meine Arme nerven, ey. Wir haben aber auch wirklich den dümmstmöglichen Weg genommen. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja. Müssen wir halt so gehen, da sind wir halt 100% selber schuld. Ja gut, nächstes Mal ist aber scheid. Hat Ulti nicht gemeint, dass er, wenn wir scheitern, dass er schuld ist oder so? Nein. Ich möchte dich erinnern, wer den Dicken gepikst hat. Also wenn wir ihn schon mit Fingern zeigen, dann will ich auch mitmachen. Ich fühle mich unschuldig. Warte, warte, ich kanns ja mal zitieren. As long as it makes you feel that it's your own fault for failing, then I'm all for it. Da hab ich so ein bisschen rausgelesen, dass du alle Schuld auf dich nimmst. Oh, nee. Oh, nee. Ich hoffe jetzt!